Nächster Halt Bahnhof SBB. Next Stop Swiss Railway Station. Prochanare Gar CFF. Wir begrüßen Sie in unserem Bus der Linie 50 zum Euro Airport. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt Brausebad. Welcome to Line 50 to the Euro Airport. We wish you a pleasant ride. Next Stop Brausebad. Bienvenue sur notre Linie 50 en direction de l'Euro Airport. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Prochanare Brausebad. Brausebad. Hier haben Sie Anschluss an die Tramlinie 6. Hier, you can change to Line 6. Korrespondance pour la Linie 6. Nächster Halt Kannenfeldplatz. Hier haben Sie Anschluss auf die Tramlinie 1. und die Buslinien 31, 36 und 38. Next Stop Kannenfeldplatz. You can transfer to Tramline 1 and Buslines 31, 36 and 38 here. Prochaine Arret Kannenfeldplatz. Korrespondance pour les Lignes 1, 31, 36 and 38. Nächster Halt im Vasenboden. Hier haben Sie Anschluss an die Buslinie 36. Next Stop Im Vasenboden. Here, you can change to Line 36. Prochanare Im Vasenboden. Korrespondance pour la Linie 36. Nächster Halt. Next Stop. Prochanare. Friedrich-Mierscher-Straße. Basel Euro Airport Cargo. Nächster Halt. Basel Euro Airport. Next Stop. Basel Euro Airport. Prochanare. Basel Euro Airport. Basel Euro Airport Verwaltung. Basel Euro Airport Entstation. Herzlich Willkommen in Basel. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt. Friedrich-Mierscher-Straße. Welcome to Basel. We wish you a pleasant ride. Next Stop. Friedrich-Mierscher-Straße. Welcome to Basel. We wish you a pleasant ride. Prochanare. Friedrich-Mierscher-Straße. Untertitelung des ZDF, 2020